Baustoff mit überzeugenden Vorteilen Kalksandstein ist seit mehr als 120 Jahren eine exzellente Wahl, wenn es um einen zukunftsfähigen Baustoff geht. Er hat sich als nachhaltiger, wirtschaftlicher und werthaltiger Baustoff am Markt bewährt. Kalksandstein wird in Deutschland ausschließlich aus natürlichen und heimischen Rohstoffen regional erzeugt und leistet so einen Beitrag zu einer gesunden Bauweise. Kalksandstein ist zudem ein exzellenter Wärmespeicher, der die Einhaltung modernster Energiestandards ermöglicht. Das macht Bauen zukunftssicher und effizient. Darüber hinaus ist Kalksandstein sehr maßgenau, leicht zu verarbeiten und trägt so dazu bei, dass Bauvorhaben schneller umgesetzt werden können. Und die Gewinnung von Rohstoffen, die Herstellung und der Transport sind dabei auch noch sehr umweltschonend. Das sorgt für eine hervorragende Ökobilanz. Die Kombination all dieser Vorzüge macht Kalksandstein als Baustoff auch weiterhin unschlagbar. Kalksandstein ist somit der Baustoff von heute und morgen.